Das Unternehmen Aorubis, Metals for Progress, mal näher angucken. Empowering Tomorrow, das Hamburger Unternehmen Aorubis. Das wird heute charttechnisch und fundamental durchleuchtet. Mit unseren Möglichkeiten, mit unseren vor allem auch zeitlichen Möglichkeiten, die wir ja haben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Analyse. Hallo. So, was sind denn jetzt hier die Ziele dieser Analyse überhaupt? Da muss man sich auch mal klar machen, warum machen wir das Ganze hier? Zunächst mal geht es natürlich auch ganz stark darum, hier Wirtschaftswissen aufzubauen. Häppchenweise. In jedem Film gibt es ja immer so ein paar Häppchen. BWL-Wissen, VWL-Wissen, wie auch immer. Wissen über die Märkte und über die Rohstoffe. Also immer ein bisschen Wissensvermittlung ist auf jeden Fall immer dabei. Und natürlich, der Schwerpunkt ist, da geht es natürlich darum, Investmententscheidungen hier zu untermauern. Ja, sich klar zu werden, ist das jetzt ein Investment, was zu mir passt, was in mein Portfolio passt, was irgendwie hier gute Zukunftsaussichten hat und so weiter und so fort. Darum geht es natürlich schwerpunktmäßig. Okay. Zunächst mal die Frage, am Anfang jeder Analyse steht natürlich die Frage, was macht denn eigentlich genau das Unternehmen? Ja, und wenn wir das dann wissen, können wir dann die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist, dann analysieren und so weiter und so fort. Zunächst mal geht es natürlich darum, was macht das Unternehmen? Was macht Aurobis? Wir sehen hier die Geschäftsfelder von Aurobis. Und alles, was hier jetzt hier in diesem leuchtenden Grün unterlegt ist, das hat mit Kupfer zu tun. Also Kupfer, Gießwalzdraht, Kathodenkupfer, Kupferstrangguss und Kupferprofile. Das wird also überwiegend von Aurobis hergestellt. Es gibt hier auch noch einen Anteil, ungefähr so 20 Prozent, würde ich sagen, Edelmetalle. Also jetzt, Kupfer ist ja ein Industriemetall, da geht es auch noch Edelmetalle, also Gold, Silber, Platin und so weiter und so fort. Dann gibt es auch noch ein weiteres Geschäftsfeld, zum Beispiel die Schwefelsäure. Schwefelsäure wird in der Chemie ganz stark nachgefragt und das ist auch noch ein, wenn auch relativ kleines Geschäftsfeld von Aurobis, unter anderem Schwefelsäure. Es gibt natürlich auch noch andere Säuren und so weiter. So, hier nochmal, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, das ist hier dieses Kathodenkupfer. Kathodenkupfer, das wird in einer sogenannten Elektrolyse, setzt sich da das Kupfer an der Kathode ab und dann werden diese Platten dann so rausgezogen und die können dann eben weiter verarbeitet werden. Das ist dann hochreines Kupfer, das Kathodenkupfer. Dann haben wir hier so ein Gießwalzdraht, heißt der, das wird also auch hergestellt von Aurobis, dann hier solche Kupferprofile zum Beispiel. Und hier haben wir jetzt unsere Schwefelsäure, Sulfuric Acid auf Englisch. So, jetzt haben wir jetzt mal, also wir haben festgestellt jetzt, Aurobis ist überwiegend in Kupfer sozusagen tätig, ja, überwiegend in Kupfer. Macht Aurobis, okay. Dann schauen wir uns mal diesen Kupfermarkt kurz an. Ja, hier haben wir mal die wichtigsten Industriemetalle mal abgetragen. Das ist an erster Stelle natürlich Eisenerz, an zweiter Stelle das Aluminium, dann kommt Krum und an vierter Stelle mit 21 Millionen metrischen Tonnen Förderung pro Jahr oder Produktion pro Jahr steht das Kupfer. An vierter Stelle der wichtigsten Industriemetalle, Eisenerz, da werden also 2,6 Millionen Tonnen pro Jahr gefördert. Aluminium 373 Millionen Tonnen, nein, Entschuldigung, Eisenerz 2,6 Milliarden Tonnen sind das dann, ja. So, und Zink an letzter Stelle dann hier in dieser Serie mit 14 Millionen Tonnen. Also Kupfer ist ein sehr, sehr wichtiges Industriemetall, das ist ja auch jedem wahrscheinlich klar, ja. Hier sehen wir mal die Kupferförderung, die Entwicklung von 1970 bis 2021, also die letzten circa 50 Jahre. Ja, da hat sich jetzt das Kupfer, die Kupferförderung ex 1970 plus 250 Prozent, ja. Und die Bevölkerung ist im gleichen Zeitraum gewachsen um plus 100 Prozent, also die Kupferförderung hat, war also mehr als doppelt so stark wie die Bevölkerungsentwicklung, ja. Das unterstreicht auch nochmal sozusagen die Wichtigkeit und auch die Zukunftsfähigkeit des Kupfers, ja, weil diese Kurve hier auch nicht flacher wird, ja. Die wird im Gegenteil sogar hier steiler. Also die Performance des Kupfermarktes ist auf jeden Fall gegeben, ja, wird das Unternehmen Aorubis tummelt sich hier sozusagen in der Umgangssprache mal, tummelt sich im richtigen Umfeld, würde ich sagen. So, jetzt schauen wir uns mal die Performance des Unternehmens Aorubis mal an. Was ist das denn für ein Unternehmen? Hier haben wir ein Factsheet, und zwar 2021, 2022. Aorubis hat ja das Geschäftsjahr vom 1.10., also vom 1. Oktober bis zum 30.09., bis zum 30. September laufen. Ja, das hat also das Geschäftsjahr 2022 jetzt vor circa drei Monaten abgeschlossen, ja. Und das ist immer wichtig zu beachten, ja. Also jedes Unternehmen kann im Prinzip sein Geschäftsjahr frei wählen, ja. Es muss allerdings mit dem Finanzamt abgesprochen werden, und es darf auch nicht ständig geändert werden, ja. Da gibt es den Grundsatz der Bilanzkontinuität, also eine Bilanz muss immer Jahr für Jahr vergleichbar sein, ja. Und da darf man jetzt nicht irgendwie ständig irgendwelche Zeitäume ändern, ja. Das macht man einmal, und dann bleibt es dabei. Aber im Prinzip darf jedes Unternehmen sein Geschäftsjahr frei auswählen. Und wie gesagt, mit Absprache mit dem Finanzamt auf jeden Fall, ja. Okay. So, Aorubis ist also Nummer 1 der Kupferproduzenten in Europa. Produzent, das ist ein bisschen unsauber, weil es ist ein Verarbeiter, ja. Aorubis verarbeitet ausschließlich. Produziert, also fördert, überhaupt nicht, sondern verarbeitet. Insofern ist dieser Ausdruck vielleicht etwas, ähm, etwas unklar. So, Aorubis sitzt in Hamburg, in Deutschland, ja. Das ist hier mal ein anderes Bild von Hamburg, mal nicht das Rautas, sondern das ist jetzt hier vom Süden her. Das ist hier die Autobahn, die von Hannover kommt, ja. Die geht dann hier rein. Hier ist die Elbe, hier sind die Elbbrücken, und dann fährt man hier in die Stadt. Hier hinten ist die Außenalster, Binnenalster, also die Alster. Dann ist hier der Fernsehturm. Und hier auf der rechten Seite, wenn man hier, bevor man hier jetzt über die Elbe drüber fährt, liegt jetzt hier Aorubis. Und Hamburg ist hier im Norddeutschland, wer das nicht wissen sollte. Gegründet 1866 als Norddeutsche Affinerie, hieß die damals, ja. Geschäftsfelder ist Metallveredelung und hier überwiegend Kupferveredelung. Mitarbeiter ca. 7000, Umsatz 18,5 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2021-2022. Ein Nettoergebnis von 0,7 Milliarden Euro macht eine umsatzrendierte Rendite von 4%. Das klingt jetzt nicht viel, aber wir werden uns das gleich nochmal erklären, warum das jetzt hier so nur in Anführungsstrichen 4% sind. So, wir schauen uns jetzt erstmal nochmal kurz die Value Chain, also die Wertschöpfungskette vom Kupfer an. Also wir haben zunächst mal natürlich, Kupfer muss ja erstmal aus der Erde rausgefischt werden. Ein Teil wird natürlich auch recycelt, aber der überwiegende Teil wird Jahr für Jahr aus der Erde geholt, aus Kupfer, Minen. Und dann wird es hier erstmal dann, im nächsten Schritt muss es dann auch verarbeitet werden. Das ist hier noch relativ unrein, wenn das aus der Erde kommt. Und das muss dann erst nochmal weiter verarbeitet werden. Und zwar geht es da um die Verarbeitung von diesen Kupferkonzentraten sozusagen. Dann wird eben ein gewisser Teil auch noch recycelt, also jetzt von irgendwelchen Haushaltsgeräten oder wie auch immer, oder Waschmaschinen. Da wird das Kupfer rausgeholt und dann wird das dann hier auch recycelt. Das ist die zweite Quelle. Und dann wird das Kupfer auch einfach nur gehandelt, also das sogenannte Produktgeschäft. So, das ist jetzt hier die Value Chain vom Kupfer. Ja, also Förderung, Verarbeitung, Recycling und Produktgeschäft. Und auch Rubis hat also 0,0 mit irgendeiner Minenförderung zu tun. Die haben keine Minen und gar nichts und sind nicht daran beteiligt. Die kaufen das Kupfer von den Minen zu. Ja, die haben da feste Verträge, langlaufende Verträge meistens. Kaufen das zu, verarbeiten das und dann wird es wieder verkauft. Also Verarbeitung, Recycling und Produktgeschäft, das macht auch Rubis. Jetzt mal im Vergleich dazu, also Freeport McMoran, habe ich auch schon mal besprochen hier auf diesem Kanal. Die machen ja auch in Kupfer und zwar 78% haben die hier Kupferanteil in 2021 gehabt. Und die machen das aber, die haben den Großteil der Wertschöpfung woanders und zwar hier bei der Minenförderung. Die fördern also überwiegend das Kupfer und dann haben sie noch ein bisschen Verarbeitung und Produktgeschäft dabei. Aber das Schwerpunktgeschäft ist beim Freeport McMoran die Minenförderung und bei Arubis ist es eben die Verarbeitung. Das ist immer auch ganz wichtig hier zu beachten, wo jetzt dann genau hier der Schwerpunkt liegt. Wir werden das gleich nochmal hier an den Preisen und an der Gewinnentwicklung sehen. So, jetzt mal ein bisschen BWL. Schauen wir uns mal hier eine G&V an. Das ist jetzt also die G&V, die Gewinn- und Verlustrechnung von Arubis von im Jahr 2021-2022. Also gerade im September letzten Jahres abgeschlossenen Geschäftsjahr. Und in der G&V, da stehen also oben die Umsatzerlöse. Und dann werden hier diverse Kosten abgezogen, bis man dann schlussendlich hier als Zwischengröße das Betriebsergebnis hat. Das ist dann immer noch vor Steuern und vor Zinsen. So, Umsatzerlöse, da wird der Materialaufwand abgezogen und der Personalaufwand. Das sind die beiden größten Abzugsposten. Und dann erhält man das Betriebsergebnis. Und dann sieht man eben hier bei Arubis, die haben einen sehr, sehr hohen Materialaufwand. Und das ist eben, weil die dieses ganze Material zukaufen. Die kaufen das Kupfer zu, verarbeiten es und verkaufen es wieder. Das Verkaufen, das ist hier oben die Umsatzerlöse. Und der Zukauf, der steht eben hier. Und das sind immerhin 17,1 Milliarden Euro. Der Umsatz war 18,5 Milliarden. Das ist schon mal ein riesengroßer Kostenbrocken, würde ich mal sagen. Dann haben sie noch Personalaufwand von 0,6 Milliarden, also 600 Millionen Euro. Ist ja auch nicht gerade wenig. Und dann sieht man schon, dann bleibt von diesen 18,5 Milliarden Umsatz, bleibt dann nur relativ wenig übrig an Gewinn. Und deswegen hier auch nur eine Umsatzrendite von 4%. Weil eben der Anteil an der gesamten Value Chain, an der gesamten Wertschöpfungskette hier bei Arubis nur relativ gering ist. Weil sie eben nur verarbeiten und weil diese ganze Minenförderung hier oben wegfällt bei der Wertschöpfung. Deswegen dann hier eine relativ geringe Umsatzrendite. Das ist aber jetzt in dem Fall gar kein Problem. Das heißt jetzt nicht, dass die ein schlechtes Geschäft machen. Ganz und gar nicht. Weil sie eben hier sehr, sehr viel Umsatz hier haben. Okay. Schauen wir uns dann gleich nochmal näher an. So, die Absatzgebiete von Arubis. Also überwiegend ist Deutschland und sonstige EU. Das sind also die größten hier Absatzgebiete. Dann haben wir noch hier ungefähr 15% Asien und Rest of the World. So, hier haben wir jetzt mal die Umsatz- und die EBITDA-Entwicklung. Umsatz 2018, 2019, 2021, 2022. Steigt also hier von 10,4 Milliarden in 18 hier relativ stetig an auf 18,5 Milliarden im Jahr 2022. Und hier der EBITDA, der zieht so einigermaßen sauber hier mit. Also, da gibt es keine großen Auffälligkeiten. Das sieht alles völlig okay aus. Netter Ergebnis sieht auch ganz okay aus. Ja, da gibt es überhaupt nichts hier zu meckern, würde ich sagen. Da sehen wir auch nicht mal irgendwie ein großartiges Corona-Loch. Ja, das ist, haben die also sehr gut abgefedert, das Ganze. So, und jetzt vergleichen wir mal Arubis mal mit zwei weiteren Kupferförderern. Ja, und zwar jetzt mit Freeport McMorrin und mit Sasan Kopper. Schauen wir uns das mal ein bisschen an, analysieren das mal ein bisschen. Ja, also, wie gesagt, Arubis hat den Schwerpunkt im Processing, in der Verarbeitung. Processing, Processing ist die Verarbeitung, ja. Dann Freeport McMorrin hat den Schwerpunkt auf Mining, ja. Und Sasan Kopper ist beides, ja. Die machen Mining und auch im relativ großen Bereich auch Processing. Ja, so, jetzt schauen wir uns mal hier die Umsatzentwicklungen und die EBITDA-Entwicklungen an. Also, Arubis haben wir ja gesehen, ja, relativ konstante Entwicklung. Hier rechts ist der Kupferpreis, ja, im selben Zeitraum. Der ist also zunächst mal runtergegangen bis zur Corona-Krise. Und seit Corona ist er stark angestiegen, hat sich dann hier mehr als verdoppelt, ja. Und diese Preisbewegung von Kupfer sehen wir eigentlich hier kaum, ja. Also, es ist fast gar nichts davon zu sehen. Ja, wir haben hier eine relativ stetige Entwicklung. Ja, wir hatten hier mal einen kleinen Einbruch zwischen 18 und 19, ja. Aber ich sag mal, dann ging es hier gleich wieder bergauf und weiter, ja. Also, diese Preisentwicklung von Kupfer sieht man hier nicht so stark, ne. Bei Freeport McMorrin, die also überwiegend das Mining betreiben, ja, überwiegend Mining, da sieht man diese Entwicklung vom Kupferpreis, ja, sieht man hier relativ genau abgebildet, ja. Runter, rauf, ja, runter, rauf. Das spiegelt sich hier wieder. Der Kupferpreis spiegelt sich also hier im Umsatz und auch im EBITDA relativ gut wieder, ja. Und bei Sasan Koper, ja, die jetzt hier Mining und Processing machen, also Minen und aber auch Verarbeitung, ja, Minengeschäft plus Verarbeitung, da sieht man eben diese Kupferentwicklung, diese Kupferpreisentwicklung auch nicht. Die haben also auch hier ein relatives, konstant steigendes Geschäft, ja. Und das ist eben ein großer Vorteil, würde ich sagen, ja. Also, was heißt Vorteil? Das kann natürlich auch erwünscht sein, dass man da jetzt schwankende Kurse hat, ja, und schwankendes Ergebnis. Aber ich sag mal, jeder fohlt sich doch eigentlich über hier einigermaßen gleichlaufen, also hier sich gleichmäßig entwickelnde Umsätze und Ergebnisse. So, wir halten fest, Feststellung, die Kupferpreisentwicklung hat offenbar keinen großen Einfluss auf die Ergebnisentwicklung von AURUBIS. So, jetzt nochmal ganz kurz die Bilanz vom 30.09.2022. Ja, die Bilanz hier Eigenkapital ist ziemlich starkes Eigenkapital, deutlich größer, fast doppelt so groß wie das Anlagevermögen. Also hier gibt es überhaupt nichts zu meckern, ja. Die Bilanz, die sieht sehr, sehr sauber und sehr gesund aus. Beim Cashflow, da kann man auch überhaupt nicht meckern, haben liquide Mittel in der Kasse liegen von 706 Millionen Euro. Also hier sehr, sehr liquide. Und was haben sie auch noch? Sie haben auch noch einen Cyberangriff abgefedert, ja. Am 28.10.2022 wurde AURUBIS angegriffen von Hackern, ja. Und das haben sie hier, der Vorfall hat die IT, das IT-Sicherheitsbewusstsein erhöht. Finanzieller Schaden unterhalb von 5 Millionen Euro, also das war eine sehr, sehr günstige Sache, würde ich sagen, ja. Und die IT-Infrastruktur hat Widerstandsfähigkeit bewiesen. Ja, also diese Hackerangriffe, die spielen immer eine immer größere Rolle, ja. Und man muss da wirklich aufpassen. Die können auch die Existenz eines Unternehmens auch gefährden, ja. Wenn man da richtig Pech hat, ja. Und wenn dann so ein Unternehmen dann Monate lahmgelegt wird, dann kann das auch durchaus dann auch insolvent gehen. Aber nicht so AURUBIS. So. Insgesamt kann man sagen, die Performance von AURUBIS, die kann sich durchaus sehen lassen, würde ich sagen. Hier absolut grünes Licht, ja. So, jetzt schauen wir uns mal die Performance der Aktien nochmal an. Hier sehen wir jetzt also den Aktienkursverlauf, ja, von Ex 1998. Ja, hat also hier in dem Zeitraum, das sind jetzt dann hier 25 Jahre knapp, ungefähr 500% zugelegt. Ja, das ist jetzt hier nicht der Wahnsinn, aber es ist auch gar nicht mal so schlecht. Und was sehen wir hier? Wir sehen hier einen zwar recht hibbeligen und zackigen, aber wir sehen hier einen Trend, ja. Und das ist auch wiederum für ein Rohstoffunternehmen, ja, ist das hier gar nicht mal so selbstverständlich, ja, dass hier ein Trend ausgebildet wird. Die meisten Rohstoffunternehmen, die bewegen sich hier immer in einer sogenannten Range. Okay, aber wie gesagt, das ist hier schon ziemlich zackig, ja, aber es ist ein Trend. Und wenn man das mal mit dem Kupferpreis vergleicht, der Kupferpreis, ja, der schwankt hier rauf und runter und rauf und runter. Und hier, Aurobis macht da einen schönen Trend. Ganz anders ist das bei Freeport McMoran, ja. Da sieht man hier den Kupferpreis relativ hier 1 zu 1 abgebildet. Natürlich mit einer gewisseren Schwankungsbreite, ja, bei Freeport. So, ich würde sagen, Aurobis ist auf jeden Fall, also zahlt er auch hier gar keine schlechte Dividende. Und könnte man als Langfrist, als Langzeitinvestment auf jeden Fall ins Auge fassen. Aber dann bitte über Zeiträume 10, 20 Jahre, ja, und nicht irgendwie 2, 3 Jahre. Das wäre nicht so toll, ja, das wäre, ich glaube, Aurobis, das ist ein absolutes Langzeitinvestment, ja. So, die Performance der Aktie würde ich auf jeden Fall sagen, grün, orange, ja, orange, weil das eben hier so ein relativ zackiger hier Verlauf ist und kein, kein schön linearer, ja. Deswegen habe ich hier nochmal die Farbe orange dazugegeben. Aber ansonsten kann man eigentlich mit dieser, kann man da auch gar nicht meckern, ja, mit diesem Aktienkursverlauf. So, dann würde ich sagen, das soll es dann für heute gewesen sein. Würde ich sagen, Tschüss, Tschau und Servus, Goodbye.